Das ist nicht ernst gemeint. Die lachen alle hier. Weil wir sind ja zu Fuß. Weil wir mit unseren Autos sind, wir sind ja nicht so gut bestimmt. Deswegen kommen die zu Fuß. Und die werden jetzt versuchen, diesen Menschen mehr zu kontrollieren. Der eine Kollege legt den erst noch fest. Dann wollen wir mal gucken, was er da vielleicht gemacht hat. Ah, der Hansgen hat sofort erkannt. Ein stadtbekannter Junkie. So sieht der leider auch aus. Und dann würde ich vermuten, dass wir da am Auto was versteckt haben könnten. Vielleicht sein Depot für Rausch gefahren könnten.